Wieso geht das mit der Spritze nicht? Wenn ich auf der Suche nach Phlegma wäre, könnte ich auch Wenzelblut abnehmen. Das geht ja nicht. Lieber nicht. Wie macht man, dass der Stier hinguckt? Ja. Das Rezept, was sagt uns das? Hm, nicht viel. Der ist bereits offen. Das ist bereits offen. Welchen Dietrich hier mit verwenden? Irgendwas muss man mit dem roten Vorhang machen. Das hier? Der Vorhang ist nicht sehr saugstark. Das haben sie irgendwie nicht eingesprochen, warum auch immer. Auf der Spritze steht nur, als ob man... ein bisschen mehr kann nicht schaden. Ja. Jetzt haben wir hier die Sachen, aber können sie nicht nutzen. Das muss doch irgendwo ein Gefäß geben, was man benutzen kann. Aber das gibt es nicht. Hier ist genau gar nichts. Hier geht es auch nur noch zurück. Hm. Ach, meine Al... Einige davon... Ja. Es läuft doch immer... Den können wir nicht mehr mitnehmen. Wenn wir das abfackeln. Das wird den Ausblick ab. Nein. Das wird den Aus... Nein, auch das nicht. Hier oben gibt es offenbar nichts. Ja, wir können irgendwie grad nichts tun. Bei aller Empathie. Ich habe kein... Merk... Äh... Hey, Wenzel. Hast du... Hast du... Vielleicht kannst du mir helfen? Ah, ja. Worum geht... Äh... Ja. Hast du eine Idee, woher ich belebendes Wasser bekomme? Ich habe mal gehört, dass es belebend sein soll, das Blut von Stieren zu trinken. Du glaubst auch alles, was... Wie? Dass ich das Geld zu... Ich glaube, ich mach die Dummer. Bis später. Genau. Hier gibt's nichts. Ich glaube, ich bin jetzt grad... Voll! Vorher! Aber Wenzel ist... Warum? Das ist doch wie selbst wenn er nicht... Hm... Was haben wir denn da? Ist das etwa ein kleines Präsent, das meine Position in der Warteschlange... Da wird aufge... Keine! Uff! Manno! Was haben wir denn? Ist das... Keine? Uff! Irgendwas muss man hier noch tun können? Kann man hier das... Vor... Die After... Nein! Die Spritze... Äh! Gib mir all dein Blut, willkürlich ausgesuchter Gegenstand! Verdammt! Das war sehr sinnvoll! Ich muss hier irgendwie an den Stier ran, aber ich krieg den ja nicht! Der Turgismo sucht Hinweise auf den Tunneleinsturz in Sektor 17! Hoffentlich guckt niemand hinter die Sporthalle! Oh! Ja... Dann pump sie auf! Ich weiß nicht, was soll ich hier tun? Saubere Arbeit! Ja... Die kann ich auch... Kann ich die mit dem Vorhang irgendwie aufsaugen? Was ich hier brauche ist ein Gefäß! Leider habe ich die Urne von Tunis Mutter bereits in meinem Unterwassergrill verbaut! Ja... Sehr hilfreich! Das Zeug sieht harmlos! Ich denke ich... Ein Gefäß! Wo krieg ich denn sowas her? Hier kannst du wieder eine Kaffeetasse... Sollte er nicht eigentlich die Rohrlei faulassen? Hallo nochmal! Ah! Hallo Schnutzipuh! Ähm... Hast du eine Ahnung, wo ich energiereiches Wasser herbekomme? Hm... Wir finden öfter mal Batterien im Schrott! Da ist auch eine Flüssigkeit drin! Wir nennen sie Batteriebrause! weil sie so lustig auf der Zunge prickelt! Meinst du sowas? – Tschüß bald! Meine ich, aber ich kann sie ja nicht aufheben. Dem muss ich doch irgendwas geben. Der Lachgaskontainer, den kann ich auch nicht nehmen. Der Clown. Hehehe, Clown. Hier ist auch nichts. Im Feuerlöscher kann ich irgendwie gar nichts anfangen mehr. Der ist zu schwer, mich mitzunehmen. Aber halb so schlimm. Ich bin ja eh immer vorsichtig. Ich kann das Ding nicht mehr sehen. Der ist zu schwer, mich mitzunehmen. Ich bin ja eh... Ja gut, der hat wohl keinen Nutzen. Hm. Mann, hier gibt's nichts. Fenster. Von wegen Arbeit. Sie sitzt nur rum und dreht Däumchen. Das kann ich auch. Das siehst du von da hinten. Am anderen Ende des Ortes. Der Jäger erblickt seine Beute. Er schleicht sich heran. Vorsichtig nimmt er die Flasche nach oben. Und wirft sie Toni gegen den Kopf. Mir gefällt die Richtung des Plans. Aber dem Ende fehlt noch... Können wir irgendwie hier den präferierten Dart feilen? Eine wunderbare Idee. Fehlt nur noch das Blasrohr. Ja, und wo kriegen wir das her? Hier der Trichter. Hm. Der Trichter würde ein hervorragendes Blasrohr abgeben. Tatsache. Was auch immer uns das jetzt bringt. Lauf schneller. 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 Gibt es doch nicht. Ja, hier. Was war das denn jetzt für eine Aktion? Au. Was zum... Ein Dab-Pfeil? Gleich. Und? Was rege ich mich eigentlich so auf? Ja. Star-Rake. Hey Toni. Ich nehme hier ein paar von den Coupons, okay? Ich kann nicht mehr gesagt haben, dass ich auch... Und wo wir gerade dabei sind. Übernimmst du diese Woche doch nochmal den Abwasch? Ein Ducker. Da ist nicht mehr... Das heißt wohl ja. Da ist ja... Glaube ich. So gefällt mir Toni gleich viel besser. Ich hatte schon Angst, ihr Körper sei inzwischen immun gegen Beruhigungsmittel. Ich habe übrigens neulich deine Familienfotos als Isoliermaterial für einen Wetterballon benutzt. Moment mal, Moment mal, was? Sagtest du irgendwas von Wetterballons? Nein, nein, ich sagte Coupons. Donner, Wetter? Was für tolle Coupons. Lass die Finger davon. Die sind abgezählt. Da haben wir jetzt die Dinger. Und was helfen die uns jetzt genau? Irgendwann könnte man hier doch was damit machen. Ich hasse Schlagen. Ich sagte... Weg da! Das Postamt bleibt geschlossen, bis die Uhr am Schild wieder da ist. Kannst du damit was anfangen? Was haben wir denn da? Ist das... Keine... Ufff! Mann, oh! Gibt's denn hier noch was zu tun? Kann ich die als... Uhrzeit nehmen? Nicht einmal dem Vorschlag schenke ich Beachtung. So. Ja, hier gibt's auch nichts. Wenn die Bürger von Kuwack um ihr Leben... Das... Ja, da ist der natürlich wieder nicht da. Können wir ihm vielleicht mal... Wenn wir die Dinger geklaut haben... Doktor Gizmo? Ha! Ich will ein... Ich hö! Diebstahl! Unmöglich! Das hätte meine Diebstahl-Sensoren... Ein Video nur allzu... Ein Kleid sollte mal sein... Da! Doch... Ja, ich hab zwar nur gerade geklaut, aber... Danke fürs Gespräch! Nicht wirklich! Das ist wohl offenbar unwichtig. Halt! So! Zum Bürgermeister! Kommt zu ihr! Ja, ich habe eine Wartenummer, aber es geht ja keiner dran! Hast du irgendein Gefäß für mich? Was soll ich noch gleich machen? Es steht besorgt die Sicht! Alles klar! Wegen des Wannaslauf! Ähm... Im Rezept steht etwas... Wie kann deine... Flüssig-Gruhe? Was ist denn? Gell dir doch mal merkt, dass die... Ich schaffte... Ich kann! Ich geh dazu... Marc! Und der hat hier Tassen ohne Ende, aber ich kann keine mitnehmen. Und da kommt wohl das Pulver rein. Ja, da ist das Pulver bereits drin. Aber was mache ich denn jetzt? Ich habe hier kein Gefäß. Irgendjemand muss doch was haben. Er kann ja eigentlich nur er hier ein Gefäß haben. Und der hat keins. Nicht da! Die gehört! Aber das ist ein... Na und oh! Vielleicht! Und wenn! Teilen wir! Vielleicht! Das ist die Wün... Hm... Mann! Hier muss doch irgendwo ein Gefäß sein! Ja, den Trichter kann man ja schlecht nehmen. Da läuft es ja raus. Kann ich den eigentlich mit dem Luftballon... Raus! Oder hier! Oder... Da! Das muss nicht umgefüllt werden! Das muss nicht umgefüllt werden! Oder... Ich suche das passende Schlüsselloch! Äh... Das ist schon mal keine zu... Ich finde ich... Niemals! Und Toni... Das muss nicht um... Das muss nicht um... Das muss nicht um... Ich muss den Trichter erst irgendwo reinstecken. Ja, und wo? Das muss nicht umgefüllt werden. Wenn ich den Trichter irgendwie in den Stier... Und heute, liebe Kinder? Hm. Nein, ich glaube, dann höre ich auch jetzt erstmal wieder auf. Das funktioniert ja nicht.